Es gibt viele Fälle, in denen es nötig ist, die Bildgröße oder auch die Bildabmessungen zu verändern. In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du deine Fotos entweder kleiner machen kannst oder auch in Reihe mit dem Programm Irr von Viu bearbeiten kannst. Lade dir zunächst das Programm von der Herstellerwebsite irr von Viu.de, Link auch unten in der Videobeschreibung, über Download für 64-Bit oder 32-Bit herunter. Nach dem Download öffnest du den Installationsassistenten. Hier klickst du nun auf Weiter, nochmals Weiter und hier könntest du dann auswählen, für welche Dateiendung das Programm in Zukunft genutzt werden soll. Das musst du aber jetzt noch nicht tun. Nochmals auf Weiter und dann auf Installieren. Klickst du auf Fertigstellen, wird Irr von Viu direkt für dich geöffnet. Importiere dir nun zuerst über Datei, Öffnen, das Bild, welches du bearbeiten möchtest. In diesem Fall nehme ich dieses Bild und ist es importiert, dann kann ich direkt eine Auswahl treffen, indem ich mit Linksklick klicke, die Maus halte und dann loslasse. Jetzt hätte ich eine Auswahl, die ich zusätzlich noch anpassen kann und mit dem Shortcut STRG und Y würde ich nun das Bild direkt zuschneiden und kann es mir dann über Datei, Speichern und nach Auswahl des Formates, in diesem Fall JPEG, nochmals mit Speichern einfach ablegen. Die Datei wird in diesem Fall ersetzt, da ich denselben Dateinamen gewählt habe. So könntest du Bilder schon einmal vergrößern und Ausschnitte festlegen. Ich habe mir nun einmal ein neues Bild geöffnet und hier soll es darum gehen, die Bildabmessungen zu verändern. Möchtest du nur ein Bild bearbeiten, klicke auf Bild und dann auf Größe ändern. Das geht auch mit STRG R. Hier siehst du nun die normalen Abmessungen des Bildes und kannst diese ganz einfach verändern. Sie werden dabei proportional mit verändert, damit das Bild am Ende nicht in die Breite oder in die Länge gezogen ist. Hier kann auch ein Prozentsatz vom Original festgelegt werden, später dazu mehr. Rechts findest du einige Presets, die du direkt anwenden kannst, um dein Bild auf die entsprechende Größe zu bekommen. Klickst du nun auf OK, wird dein Bild direkt verkleinert und du kannst es dir über das Disketten-Symbol abspeichern. Es gibt jedoch noch eine weitere Möglichkeit, viele Bilder nacheinander zu verändern. Klicke dafür auf Datei, Batch bzw. Stapelkonvertierung und umbenennen. Hier ist nun wichtig, dass du den Haken unter dem Zielformat für Spezialoptionen aktiv setzt und dann auf Sätzen klickst. In diesem Menü hast du die Möglichkeit, für alle deine Bildereinstellungen zu ändern. Und hier gibt es auch schon den Bereich Größe ändern. Da kannst du dann entweder eine neue Größe in Pixeln eintragen und diese wird dann übernommen, wenn du auf OK klickst. Wichtig ist hier der Haken proportional, denn ansonsten kann es dazu kommen, dass sich dein Bild sehr in die Breite oder in die Länge verzieht. Die Resample-Funktion sollte ebenfalls aktiv bleiben, um eine hohe Qualität deines Bildes sicherzustellen. Du kannst aber auch, wenn du das Bild nicht in Pixeln verändern möchtest, auch einfach Prozentsatz vom Original auswählen und dann zum Beispiel eine kleinere Prozentsatz als 100 eintragen. So wird das Bild dann automatisch auf diese Prozentsatz verkleinert. Ich bestätige jetzt mit OK, wähle hier nochmal das Bild aus, welches ich bearbeiten möchte, klicke auf Hinzufügen und habe dann das Bild hier in meiner Liste und ich habe die Möglichkeit, sogar noch weitere Bilder hinzuzufügen und so dieselbe Aktion nicht mehrmals machen zu müssen. Obte ich, dass die Bilder auch noch einen anderen Namen tragen, dann muss ich neben Batch-Konvertierung auch hier Batch-Konvertierung und Umbenennen auswählen und kann dann unter Optionen Neue Namen für die Bilder festlegen. Mir reicht in diesem Fall aber die Konvertierung. Klicke ich jetzt auf Starten, dann wurde die Konvertierung bereits nach kurzer Zeit erfolgreich abgeschlossen und ich klicke auf Batch beenden. In meinem Ordner sind die Bilder nun viel kleiner als vorher dargestellt und ich habe auch die Dateigröße verringert. Und so einfach ist es möglich, Bildgröße oder Abmessungen von einem Foto in IrfanView einfach zu verändern. Du kannst dir generell merken, dass eine kleinere Abmessung der Bilder auch immer eine geringere Dateigröße bedeutet. Und so einfach funktioniert es, ganz viele Bilder hintereinander in ihrer Größe und IrfanView anzupassen. Erfahre im nächsten Tutorial-Video zu IrfanView, wie du einfach ein Wasserzeichen oder andere Elemente in einer Stapelverarbeitung auf Bilder legen kannst und abonniere Tutorial Center für die kompaktesten Tutorials auf YouTube.